Das ist Simo wieder, bei Minecraft, so und ich bin dabei, mir jetzt noch ein Jetpack zu bauen, dass ich auch eins habe. Was ist denn eigentlich an den Öfen hier drinnen? Das ist jetzt mit Nico. Hat der denn einen angestipst? Nope. Ja hab ich. Ich hab. Philipp wie immer auch vorbildlich. Oh, der Fix hat mir ne Kabel. Oh. Stone. Ich hab meine Pizza erst mal gepimpt. Gepimpt? Ja, gepimpt. Aha. Ich hatte ja jetzt erstes ne normale Speziale. Ja. Mimina. Jo. Ja, Nico. Und dann hat man noch ein bisschen Chili con carne von gestern. Hab ich einfach draufgepackt. Und dann... Was draufgekackt? Draufgepackt. Achso. Auf die Pizza. Ja. Und dann nochmal extra Käse drauf. Ey, kein Kopperkabel hier, was soll die Scheiße? Ey Nico, ich glaub du als ich gestorben bin, hast du mir ne Kopperkabel abgesammelt. Ich brauch dir selber. Ich hab aber extra welche gecraftet für mich. Was ist die Schiene? Ja, weiß nicht. Knapp 40 Stück sollten das gewesen sein. Hä, wo kam denn jetzt das Skelett her? Ich hab hier noch Rubber in der Kiste, also alles gut. Ja, nimmst du schon weiter auf? Ja, ja. Hallo Leute. Hallo. Hey, brennt's ne? Ja, das ist... das brennt da durch. Ich glaub die Kisten sollen wir da nicht machen. Äh die Dinger da. Es brennt, scheiße, jetzt hab ich vergessen wie das geht. Badbox. Alles klar. Mann, wo ist denn hier ein Skelett? Philipp, du scheiß... Arschloch. Ja, ja. Was soll's da rum, hä? Arschloch, ja, ja. Ja, ich seh doch, dass du einen Bogen in der Hand hast. Keinen Bogen in der Hand. Na klar, hab ich doch genau so. Eine Karotte in der Hand. Bist du etwa blind, dann musst du eine Karotte essen. Aber Nico, wir brauchen... Ich kann den nicht, ich kann den Dings nicht bauen. Wir brauchen noch, äh, Dias. Dankeschön. Okay. Wir brauchen... Wie viel haben wir zwei? Ich habe übrigens deine Workbank abgebaut. Alle? Advanced. WeFindIron... Platschbahn. Hm, scheiße, ich brauch WeFindIron, wo ist WeFindIron... Oh, so, 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 so. Was hattest du alles? So, was hattest du alles? Achso, WeFindIron, Kabel und... Alles klar. Weißt du? Wie viel? Was? Kabel? 40? Nee, nicht mehr gar... Ich hätte schon welche verkraftet oder so. 20 vielleicht noch. Advanced, achst du dann mit... Ähm, wir brauchen noch zwei Tiers, glaub ich. Haben wir doch eine Kiste. Ja, noch zusätzlich. Eins... Philipp, was... Schleichst du denn hier so um dich drumherum? Hast du jetzt eigentlich Glaskolte? Äh, ja. Ich werde jetzt... Ähm... Wie gehe ich das? Ah, da. Beziehungsweise die Türte. Ja, aber da brauchen wir doch keine. Die Türte? Ah, Türte. Achso, geil. Dafür brauche ich keinen, dafür brauche ich nur einen. Ne, wir brauchen doch nur einen oder du bist so doof. Äh, letzteres. Hey, ich glaube, wir brauchen nur einen. Alles gut. Äh, wie... Ähm, so... Kann sein, dass du dumm bist? Ey, sag mal, bin ich so dumm zum Scheißen? Was mach ich denn hier? Ich kann mir einfach nicht merken, wie das gebaut wird. Hab ich auch grad das Problem. So, advanced. So, jetzt hab ich das alles klar. Oh Gott, Alter. Ja, hör, kannst du nochmal ein bisschen Glas zu werfen? Noch... Ähm, ja, ich... 16 Stück. Ich vergesse das einfach immer wieder. Das ist... Ey, wo soll das Glas sein? Ich hab... Ah, hast du dieses Deck schon rausgenommen? Ja. So. Dann muss ich neues machen. Neues holen. Ja, aber ganz schnell 16 Stück. Oh, keine Kohle da! Äh, ist dein Ernst? Keine Kohle da! Das ist ja doof. Tut mir leid. Oh. Oh. So, Solahelm. Die ging nochmal so um Solahelm. Leo, ernten Sie Zeit! Jo, bitte! Machen Sie bitte! Bitte, bitte, bitte! 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 Bitte, Solahelm. Du hast eigentlich schon ne Lösung zu dem Essensproblem. Ich brauche wieder drei Kohle. Nö. Mach ich nachher. Momentan hab ich noch... Ich hab noch ganz schwer ist. Also, hab ich nur Flasche, hab ich irgendwie ganz viel noch. Er war 52 gebratene Fleisches. Gebratene Fleisches. Auch ne E-Batterie. Gebratene Fleisches. Okay, hab's zu Teil der Zweifel. Und jetzt durch. Iron Furniss. Iron Furniss. Iron Furniss. Iron Furniss. Echt. Äh, zwei... Vier Tin. Links, rechts, in der Mitte, wird's dann oben... Ja, ja, mir ist schon wieder eingefallen. Äh, ich brauche immer noch Mavane. Mega viel. In der Eisenkiste. Ja, vier Stück. Ne, ist klar. Da ist nichts drin. Ah, das hab... Ich hab's selbst reingepackt. Dieses Ding machen... Jan, jetzt hab ich nen Generator. Na, danke. Generator. So, jetzt brauche ich erstmal vier wieder... Oh, Kopp... Ne, so viel Koppelkabel haben wir nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So, haben wir hier ein bisschen gedöhnt. Ja, haben wir. Naja. Ja? Nein, das reicht nicht. Aber noch nicht aufstehen, aber. Wenn's zu exklusiv, vielleicht besiegt hier alles mit den ganzen Scheißen rauskommt. Stell's bitte auf. Ja, ich brauche aber mein Fleisch. Stell's bitte auf. Da oben ist auch noch was. Äh, nun müsst ihr ja mal sagen, auf welch Etage wir das machen, dann kann ich schon mal Kabel. Wie macht man nochmal so ne, äh... So ein Ding, mit dem man Stücke wie Süß abbaut. Ja, weil jeder Strom... Ja, hier, nach hier. Nee, in die Richtung würde ich sagen. Ja, aber da sind Kabel. Ja, aber dann kann ich gleich die an den High-Volt jetzt schon anschließen. Meist du in der Wrench? Ja, und die, und die, äh, und die Recycler? Jo. Ja. Können die auch High? Ja, mein Fuck. Achso. Nee, nee, dieses Ding, womit man das abbaut. Nee, könnt ihr aber nicht. Mach hier nach rechts, mach hier nach rechts. Danke. Turnover. Wunsten. Ich hab ne Dia... Irgendwo ne Dia-Spitzacke, wenn ich die nehmen möchtest. Oh, naja, passt. Vielleicht ein bisschen schneller. Nee. Eigentlich schon. Scheiße, wir brauchen jetzt Kohle. Carbon macht man noch Kohle. Alter, was die alles bauen, ey. Wie ging das so, 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 so? Oh, wie ging denn das? Was? Hieß das Wrench? Was meinst du denn? Nee, mit dem man dieses Sticky Resines Zeug abbaut. Nein, das hieß... Tree Trap. Ah. Tree Trap. Ich danke euch. Ach, so braucht man das. Oh, man. Ey, Leute, darf ich mir noch ein bisschen Kohle von euch leihen? Jetzt riecht's auch von mir zurück, wirklich. Okay. Und wie viel brauchst du denn? Ich weiß es nicht genau. Ja, wir haben gerade auch nicht gerade so viel, dass wir's verschenken können. Ja, ich bräuchte... warte, ich gerechnet kurz... Woche... Zehn Stacks? Eigentlich war ich zwei... Eigentlich war ich vier Stück, dann... Acht... 16, glaub ich. Ja... Ja, du hast ein und eins raus, aber brauch ich vier Stück, dann... Ne, warte mal. Nein, ich brauch 32. Scheiße. Ah, ne, das ist mir zu viel. Fuck. Ne, ist klar. Habt ihr irgendwo eine Mine? Wo ich rücken kann? Ne, ist ja unsere Mine. Ja, ich will doch nur bisschen Cola bauen. Ja, Cola brauchen wir selber. Ja, ich geh einfach runter. Pfff. Alter, das ist bloß so scheiße langsam da unten mal mit den Treppen. Bei uns. Hm? Bei uns. Nein, bei denen. Abbauen. Ne. Doch. Was? Um nichts anderes zu tun. Wuiiii. Um nur Treppen, um nur Treppen abzubauen. Nein, die Blöcke da rüber. Alter. Ne, oder was? Boah. Was denn? Ne, du hast dich grad genauso angehört wie so'n Creeper. Ja. Wenn du auf diesem Sand läufst. Dankeschön. Bin schön. Hihihihi. Copper Ingres... Ach ne, what the fuck? Wer hat denn hier... Aber habt ihr alles mit den... Habt ihr ja nur Kohle mitgenommen hier? Ja. Wie viel Scheiß denn da ist? Tin und Schatz und alles? Ja, das letzte bitte da. Ja. Jetzt habe ich nur sechs Koppelkälber gemacht. Äh. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Solo. Ach nee, okay, habe ich keinen Bock drauf. Tun es aus. Ach, sind wir da. Doch, kein. Ach, da sind noch welche gewesen. Ach, egal. So, mal dabei. He-va-colon-ia. So, ich gehe noch mal ein bisschen buddeln. Jo, ich mache das.